In diesem Beispiel befinden wir uns in einer Höhle in Asien. Die Höhle hat nur diesen Einsengang und vor der Höhle steht zur Tarnung ein Bambusstrauch. Vor dem herannahenden Sturm sind die Menschen in dieser Höhle in Sicherheit. Es kann ihnen nichts passieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe den Signals. Tutto andere Bede. Alles wird gut. 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 Alles wird gut.